Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Rittersporn. Tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen abwesend wirke, zeitweilig. Ich bin mittlerweile echt müde. Geht allerdings nicht anders, ich muss es ruhig machen. Ist das Plätze? Ja. Ne, das ist nicht Plätze. Das, ne, Plätze war nicht, ich weiß. Okay, ähm, aber ich werde versuchen mein Bestes zu geben auf jeden Fall. Und, ja, was ich noch machen wollte, bevor ich weitermache mit dem eigentlichen Ding. Ich werde mal gucken, ob wir dazu eine Quest haben. Ähm, ich würde nämlich gerne Triss mal wieder besuchen. Aber da haben wir keine Quest zu. Okay, da muss ich mal gucken, wo wir da eigentlich hin müssen. Das wäre nämlich, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist eine Taverne. Das müsste irgendwo. Wie hat es das hier reichen? Oh je, wo war denn das? War das nicht hier irgendwo? Oder hier? Hier drinnen vielleicht, oder? Kann das sein? Oh, hier ist eine Hände. Könnte sein. Es war auf jeden Fall ein bisschen so aufgebaut. Da drinnen. Ja, ich probier's mal da. Ich guck da mal hin. Ist ja auch gleich um die Ecke hier. Mal gucken, ob das richtig ist. Ähm. So, dazu gehen wir einfach mal hier lang. Hallo. Das Leben ist manchmal echt scheiße. Ja, manchmal, ne? Irgendjemand. Mir bleibt keiner da. Na. So, ich wollte grad sagen, willst du nicht vielleicht dein Schwert nehmen? Nicht gut. Okay. Einer schon mal tot. Noch einer tot. Aua. So. Funktioniert auch wie geschmiert. Das ist abgeschlossen. Das ist okay. Da wollen wir auch gar nicht rein. Ähm. Hier. Gegrilltes Hühnchen. Und dann nur wie gerade Langschwert. Ein blaues. Die geben immer. Die sind immer ein bisschen teurer. Das ist gut. So, was können wir hier so sammeln? Fläschchen und Zeug und Klump. Mhm. Doch, der hat noch irgendwas fallen lassen. Warte mal. Hier. Aufnehmen. Grüne Wände und Streitkulben. Sehr schön. Sollten wir langsam mal wieder einen Waffenhändler finden. So. Ich glaube, das war irgendwo da drinnen. Aber ich bin mir echt nicht mehr sicher. Aber doch könnte. Hier lang vielleicht. Ein Seil. Ja. Eine Wasserflasche. Wir stecken einfach mal wieder alles ein. Nee. Hier war es nicht. Hm. Es war irgendwo so ein Holzverschlag zwischen zwei Gebäuden, wo wir reinkommen. Da stand eine Wache. Das weiß ich noch. Ah, ja. Hier. Aufmachen. Vielen Dank. Das ging aber zackig. Gut. Triss, 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 Triss. Wo bist du, meine Lieber? Hier drin vielleicht? Geschossen. Na gut. Hm. Wir gehen mal da rein. Mal gucken. Sicher? Sicher ist? Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Und in der Früh, da musst du sehen, was mit ihm war geschehen. Sein bestes Stück. Weg aber nicht zurück. Alles klar. Alles klar. Schönes Lied. Ja. Schön. Okay. Hier anscheinend nicht. Aber hier kommen wir mal. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Sie sagt es wahrscheinlich nicht, äh... Ne, na gut. Ich weiß nicht, ob es das macht, den Battler-König zu beklauten. Nehmen wir mal mit. Oder weniger. Ich mach's einfach mal. Abgeschlossen. Okay. Hier auch. Ist auch abgeschlossen. Okay. Aber Triss muss hier irgendwo sein. Sie hat ja gesagt, wir dürfen sie mal besuchen. Spitzeln wird mit dem Tod bestraft. Ja, ja. Ich will ja nicht spitzeln. Ich will ja nicht spitzeln. Ich will ja nicht zu. Ja? Bäuerin, das muss mir eigentlich klar sein, dass das nicht Triss ist. Gut, aber... Gucken wir weiter. Was ist denn mit dir los? Hexer? Zauberin. Ja, püsst doch mal fröhlich in die Ecke. Ähm... Ich geh jetzt auf den Marktplatz, Schätzchen. Kein Brot. Kein Geld. Kein Betriss. Ah! Nicht drängen. Das ist fissrechtssüchtiger. Nee. Abgeschlossen. Okay. Ich glaub nicht, dass Triss hier irgendwo... mitten zwischen den... Pass bloß auf, Strahlkopf. Zwischen den... Oh, ne. Hier glaub ich lieber nichts. Da gucken sie gerade zu. Zwischen den Dieben und Bettlern ist... Ähm... Hier wird schon irgendwo ihr gesondertes... Abgeschlossen. Okay. Hier also auch nicht. Ihr gesondertes kleines Zimmer haben? Oder... Ihr Haus? Keine Ahnung. Welche Rechte sie sich hier rausnimmt. Ich würde jedenfalls eine ganze Menge davon zusprechen. Hier? Auch abgeschlossen. Was ist denn los hier? Okay. Ich glaub aber... Ich glaub wenn wir... Wollte ich gar nicht. Ähm... Wenn wir sie hier nicht finden, dann... werden wir... Wahrscheinlich noch eine Quest finden, die zu ihr führt. Höchstwahrscheinlich... Wo bist du denn? Ein Magier. Sah von hinten irgendwie weiblich aus. Joach... Kann ja mal passieren, ne? Darf ich vorschlagen, dass du mit Radowit weitermattst? Oh... Nichts wären wir lieber. Ne... Sagt man ja nicht. Hier geht's rein? Okay. Äh... Arme Statter... Was ist denn los? Ich tue dir auch nichts. Ich hab auch noch nichts genommen. So... Hier nicht. Ganz ruhig... Ach... Die schrubbt hier den Boden. Hier vielleicht... Nein... Wolltest du? Ein armer Statter? Okay... Scheint hier sonst... Niemandem zu geben. Na... Okay... Ah... Entschuldige. Ich kannte mal einen Zauberer, der hatte diese schreckliche Hälfte. Oh... Gehen wir mal hier hoch. Da geht's noch rein, ja. Gehen wir mal aber... Hier bezweifle ich, Triss auch irgendwo zu finden. Okay... Na gut, finden wir nicht. Schade eigentlich. Mh... Dann würde ich sagen... Ach... Wollte ich doch gar nicht hin. Ja gut, dann würde ich sagen... Gehen wir mal zum Eisvogel. Ich bin schon den ganzen Ort geladen. Ah, hier ist noch ein Händler. Hallo Herr Kaufmann. Ich würde gerne mal gucken, was du so hast. Was hast du anzubieten? Ähm... Wir haben jedenfalls jede Menge Waffen, die wir mal verkaufen können. Der hat auch genug Kohle, um uns die alle abzukaufen. Was hat er denn hier noch? Ich glaube, die haben wir schon, ne? Ja. Na gut. Dann kriegst du halt nur die Waffen. Und den alten Sack. Na klar, den kannst du haben. Gut. Ja, sind wir wieder bei 2000 Ohrens. Das ist eigentlich ganz gut. Ähm... 2000 Kronen, Entschuldigung. Die Opposition und Hilfgarten. Können wir sonst noch irgendwas? Alkohol... Alkohol kostet halt immer, ne? Alkohol ist... Alkohol ist ein bisschen beliebt. Komm, das nehmen wir mal mit. Können wir brauchen. Haben wir 10, okay. Optima Mater. Mondscherben. Äh, ja okay. Ist alles ziemlich teuer. Kaufe ich erst, wenn ich's brauche. Okay. Gut, das war's dann auch erstmal wieder. Bis dann. Tschüss dann. Ähm... Stress hier vielleicht? Ne. Ne. Gut. Okay, dann würde ich sagen... Guck mal, was haben wir denn sonst noch? Ähm, Quests? Stufe 11, doch, das können wir jetzt noch machen. Gut. Ähm, wo muss man denn da hin? Und Karte? Hier hin, okay. Hm, warte mal. Ja, Plätze ist da. Sehr schön. Na du dummer Girl. Schön, dass man dich hier nicht vergessen hat in der Stadt. Achso, ja. Ich kann hier nicht... Nicht so schnell, Plätze. Okay. Oh, dieses Pferd, ey. Das ist schlimm, ey. Ich steig auf und... Keine 10 Sekunden später ärgere ich mich schon wieder über das... über das Vieh. Halt! Hm, hier nach rechts. Da müssen wir eigentlich schon fast da sein, ne? Oder? Ne, genau. Ein Stück weiter. So. So. Da müssen wir noch ein Knödel. Ah, hier nach rechts. Gut, das hatte ich verpennt. Was? So. Hier. Genau. Hier rein. Ach ja, so sind die Zeiten. Nicht so schnell, Plätze. Oh, was ist das denn? Nein, nein, nein. Ah, ist abgeschlossen. Schade. Okay, ähm... Triffst Soltan bei Sonnenuntergang. Das heißt, wir machen mal hier... Ist 18 Uhr. Nach Sonnenuntergang. Ah ja, okay. Ach ja, nix. Okay. Reicht schon. Wunderbar. Die weibliche Ritterspanne. Jetzt bin ich echt gespannt. Los, suchen wir uns ein paar Arschgestelle. Geht bald los. Ein paar Arschgestelle. Schön. Kommst du diese Woche zu dem Regelbuch? Ja, nicht? Ich weiß nicht. Der Saat. Geht es auch los. Am Pfad meiner Narben ruht deine Hand, den Sternen so wieder in Ewigkeit verbunden. Öffne die Wunden und heil sie wieder, bis sich unser schicksalswehres Muster bildet. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittre Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich rüben schwarzer Locken, deine falschen Augen von Tränen nass. Der Wolfsspur nachfolge ich in den Schneesturm, um dein stures Herz abermals aufzuspüren. Durch Zorn und Trauer in Eis verwandelt, lass mich deine kalten Lippen küssen, schmelzen. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittre Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich Raben schwarzer Locken, deine falschen Augen von Tränen nass. Ich frage mich, ob du mein Schicksal bist, oder ob der Zufall uns zusammenführte. Als ich den letzten Wunsch hervorbrachte, wurdest du gezwungen, mich für immer zu lieben. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittre Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich Raben schwarzer Locken, deine falschen Augen von Tränen nass. Ganz ehrlich, Gänsehaut, ey. Da hätte ich jetzt auch gut Lust zu applaudieren. Das ist ja, ich sag mal, das ist so vom Stil her voll mein Musikgeschmack, ja. Also, teilweise. Aber das ist so, sowas geht mir halt am meisten ans Herz, ja. Und das muss Musik, finde ich, tun. Genau sowas. War geil. Oh. Die kennen wir, ja. Der hat im Weißgarten ein paar themerische Jungs umgebracht. Ruhe, Weib. Wir sind hier, um Musik zu hören. Ein Mörder? Es herrscht Krieg. Da sterben manche Leute. Oh, Peter, diskutiert das woanders aus. Ähm. Wieder Zank und Schlägereien. Ich dachte, das wäre ein anständiges Etablissement. Wie ich Geralt kenne, hat er den Hals riskiert, um irgendwem den Arsch zu retten. Zu retten? Er hat Leute ermordet. Lass dich nicht provozieren. Dort ist die Tür. Klärt das draußen. Komm. Hm. Ich will Musik hören. Musik! Kultureller Mittelpunkt der Welt. Dass ich nicht lache. Warum, warum, wir haben uns voll für sie eingesetzt. Darf ich vorstellen? Äh, das ist Priscilla. Auch bekannt als Kalonetta. So liebreizend wie talentiert. Und das? Ist Geralt von Riva, ich weiß. Rittersporn hat mir viel von dir erzählt. Und ich habe mit angehaltenem Atem zugehört. Sei nicht überrascht. Mir ist kein passenderes Thema für eine Ballade eingefallen, als die Liebe eines Hexers zu einer Zauberin. Oder sollte ich sagen, zu Zauberinnen? Ja, wir sind mal ehrlich. Anscheinend hat dir Rittersporn meine Geschichte genauestens erzählt. Sogar Persönliches und Unwichtiges. Hat er auch was über sich erzählt? Wohin er beispielsweise unterwegs ist? Ausgezeichnet sehr lustig, wirklich. Na dann, bis später. Nicht hier. Kommt mit. Hm. Gibt es einen Grund für diese Geheimniskrämerei? Ja, einen guten. Als ich Rittersporn zuletzt gesehen habe, plant er einen Einbruch. Oh Gott. In Siggi Rolvens Schatzkammer. Du heilige Scheiße. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ähm. Wir fragen erstmal ein bisschen nach. Räuven. Wie ist er so? Groß, fett und extrem gefährlich. Er zieht beim Gehen das linke Bein nach. Klingt nach einem lahmen Fels-Troll. Wenn Trolle Teufel schlau wären und ein Gespür für Verbrechen hätten, dann ja. Oh, die Musik wieder, Leute. Ich dreh durch. Rittersporn bricht in eine Schatzkammer ein. Hätte gedacht, dass er eher das Zölibat vorziehen würde. Stimmt. Als er mal vergessen hatte, seinen Wein in Passiflora zu bezahlen, lag er die nächsten drei Nächte wach und zerbrach sich den Kopf. Hast du eine Idee, was ihn da geritten hat? Hat er irgendwelche Schulden? Er hat behauptet, er würde jemandem helfen. Eine dringende Sache, die nicht warten könne. Dieser Jemand. Hat Rittersporn einen Namen erwähnt? Nein. Aber so wie ich Rittersporn kenne, hat er ihren Namen nicht erwähnt. Genauso wenig ihre schlanke Taille und ihren Drallen Busen. Lass mich raten. Der Einbruchsversuch ist misslungen. Nun, er ist nicht mit einer goldenen Kutsche voller Juwelen vorgefahren. Sieht also danach aus. Ich habe überall nach ihm gefragt, aber in der Stadt macht keiner den Mund auf. Ich konnte nur rausfinden, dass er im Versteck von Hurensohn Junior für Ärger gesorgt hat. Die Männer von Hurensohn haben ihn durch die ganze Stadt gejagt. Hurensohn Junior. Nie gehört. Das größte Arschloch in Novigrad. Nicht wörtlich gemeint, aber... Verstehe. Du magst ihn nicht. Was hat er dir denn getan? Wohl er der ganzen Stadt? Er ist einer der vier Unterweltbosse der Stadt. Die anderen sind Siggi Rolven, Haka und der Bettlerkönig. Dieser Halunke. Wenigstens hat er nicht auch den ehrwürdigen Kult verärgert und mit in die Sache gezogen. Dann säßen wir tief drin. Ich eile Rittersporn mal wieder zu Hilfe. So langsam sollte er mich dafür bezahlen. Wo auch immer er ist, er hat im Moment gewiss nichts für Witze übrig. Und ich auch nicht. Keine Sorge, ich hole ihn da raus. Ich muss mit Hurensohn sprechen. Und Siggi Rolven. Weißt du, wo sie zu finden sind? Beim Hurensohn weiß ich's nicht. Aber Rolven hat ein Badehaus. Pass aber auf, er ist gefährlich. Ich auch. Das bezweifle ich nicht. Aber Rittersporn ist es nicht. Ich flehe dich an, beeil dich. Und sag mir, sobald du was erfahren hast. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich hier trauen kann. Alles klar. Okay. 800 FH. Ich werd verrückt, ey. Ja, schön. Okay, ähm. Ja, Badehaus. Ganz ehrlich, Leute, ich hab, äh, Geschichten vom Badehaus gehört. Von einem Kollegen, die das Spiel schon gespielt haben. Und das riecht extremst nach Zensur. Aber ganz ehrlich, äh, was soll's. Bin gespannt drauf. Ryan oder nicht Ryan, ne? So viel... Ähm, warte mal, jetzt gucken wir erstmal die Levelanforderungen. Stufe 12. Und zum Bahnhof. Bevor wir räumen, ja. Jetzt gucken wir mal, wenn ich noch ein paar... Ich hier zum Beispiel auf der Fährte, sprich mit dem Aufseher. Das werden wir mal zuerst machen. Exer-Aufträger. Wer auch noch das Ding aus dem Sumpf. Die Woche ist, glaub ich, noch nicht um. Tödliche Wunden, die weiße Dame. Ne, das ist alles noch hier. Der Flüchtigerdieb, den könnten wir dann vielleicht auch noch angehen. So, jetzt machen wir erstmal, sprich mit dem Aufseher. Wo muss man denn da hin? Das ist, ähm... Ah, jetzt können wir wenigstens ordentlich rauszoomen. Hier. Okay. Ähm... Ja, da finden wir schon hin. Gucken wir mal. Reiten wir halt mit Plätzen ein bisschen durch die Stadt. So, ich geh mal ganz vorsichtig durch die Leute durch. Hm. Ich kenne Clubs, da sieht's ähnlich aus. Clubs, na gut, Clubs vielleicht nicht überkneifen. Plätze, komm mal rum hier. So. Ich nenne meine immer Plätze. Pferde. Ja, man merkt auch, Geralt hat nicht viel Pferde übrig. Ganz ehrlich, hätte ich so einen Gaul unterm Arsch, hätte ich das auch nicht. An sich mag ich Pferde eigentlich. Das sind schöne Tiere. Ist mir kalt. Aber... Pass auf, wo du hintrittst! Halt die Klappe. Ähm... Aber Plätze ist so... Naja. Könnte echt am Training liegen für das Tier, aber... Hilfe! Komm jetzt! Was ist denn nun los? Oh. Was ist denn nun los? Geralt von Riva? Axel? Weißer Wolf nennen sie dich? Du wirst der Verletzung religiöser Gefühle beschuldigt. Wir haben den Befehl, dich zu einer Befragung mitzunehmen. Gib uns deine Waffen! Hm. Das sind Wachen der Stadt, ne? Bescheinigung will ich auch. Das ist ein Missverständnis. Also gut. Nehmt sie. Aber ich brauche eine Bescheinigung. Ich will nichts verlieren. Hm. Ich stelle dir sofort einen Wisch aus. Erinnerst du dich an den Prediger, der von Hexen und Hexern gesprochen hat? Ach. Ah, ja. Den du vor Gott beleidigt hast? Er hat uns gebeten, dir ein Sakrament zu erteilen. Ha! Das Sterbesakrament! So ist das. Na gut. Aua. Hört ihr auf. Na komm schon. Ach, Scheiße. Hört ihr auf. Warte mal. Ähm. Na gut, Schwerter haben wir nicht mehr da, ne? Magische Fähigkeiten blockieren. So. Du rannest. Alle, beide. Oh, oh. Hört auch los. Warte mal. Igni. Oh, oh. Hört doch auf, Mensch. Was ist denn los mit euch? Na. Erstmal Knödel. Okay, die sind zwar Stufe 10, vier Stufen unter uns. Aber ganz ehrlich, so völlig ohne... Oh, oh. Jetzt wird's langsam eng. So, gut. Einer down. Verlieren wir die Nerven? Warte mal, ich geh mal auf Igni. Äh, auf Art. Okay, das sieht nicht so gut funktioniert, wie ich gedacht hab. Gut. Dann gehen wir mal auf Gwen. Das ist vielleicht gar nicht mal so dumm. Das ist vielleicht gar nicht so gut, wie ich glaube, da macht Igni am meisten Sinn. Aua. So, geht doch. Mein Gott. Hm. Der Priester, ja. Der Priester. So, unsere Waffen machen wir mal wieder. Mensch. Sachen gibt's. Ohne liegt noch... Da war das Huhn. Oh. Das muss ich wohl mit dem Weg nicht erwischt haben. Okay, Leute. Dann tun wir erstmal... Ich würde gern bei... Tag weitermachen. So. Wunderbar. Die Bombe hätte ich vielleicht nochmal einsetzen können oder so. Plötze. Ja, wirklich gar nicht. Hm. Hm. Plötze, komm mal her. So. Ich schweine auf der Straße, ey. Es ist klar, dass das Mittelalter so von solchen geprägt war. Von Krankheit, sag ich mal. Das ist sowieso sowas, ja. Die, diese mangelnde Körperhygiene im Mittelalter. Das ist, das ist, das ist wieder der reinste Wahnsinn der Kirche gewesen. Weil die Kirche nämlich verboten hat, Gottes Staub abzuwaschen. Ähm. Deswegen haben sich die Menschen im Mittelalter nicht mehr gewaschen. Und, ja, vor dem, vor dem christlichen Glauben, sag ich mal, ähm, haben die Leute tatsächlich ausgiebig gebadet. Wir mögen keine Leute, die hier rumstreuen. Ach nein? Gibt es hier eine Bestie, die jemand loswerden möchte? Ich bin wegen der Nachricht hier. Hm. Aufseher Lund hat sie aufgehängt. Ja, die Bestie treibt sich in den Vororten rum. Er mordet die Leute. Sie haben Angst, abends rauszugehen. Ich würde gerne mit dem Aufseher sprechen. Zu schade, dass er keine Bittsteller empfängt. Was macht er denn genau? Er verteilt im Namen des Stadtrats Hilfsgüter. Mehl und Grütze für die Armen. Natürlich macht er das nicht selbst. Dafür hat er seine Männer. Er selbst, äh... Beaufsichtigt? Genau. Schön. Okay. Ich möchte dieses Monster zur Strecke bringen. Dann solltest du dich beeilen. Ein anderer Kerl ist schon hinter ihm her. Ein anderer Kerl? Ähm... Wer hat den Auftrag angenommen? Ich hab den Mann nicht gesehen. Hab nur gehört, dass irgendein mutiger Trottel aufgetaucht ist. Hm. Wann wurde das letzte Opfer gefunden? Erst letzte Nacht. Hubert, ein Bettler, aber anständig. Ich hab ihn ab und zu im Schuppen übernachten lassen. Dort drüben rechts. Eustachios hat die Leiche noch nicht abgeholt. Sie liegt noch dort, wo ich sie gefunden habe. Hm. Okay. Gibt es irgendwelche Augenzeugen von diesen Angriffen? Nein. Nur Leichen. Die Bestie erscheint nur nachts und Welt Opfer aus, die alleine sind. Okay, setzt hier schon mal ein gewisses Maß an Intelligenz voraus. Danke. Bis dann. Ja. Wir gucken mal. Plätze. Hier. So. Los, los. Gehen wir doch mal. Hier. Ach, hier in dem Schuppen hier. Okay. Ja. Wir schauen mal rein. Das sind nicht die Spuren eines Garkins oder Flatterers. Also kein Vampir, okay. Blut, aber kein menschliches. Das Monster wurde verwundet. Okay, wie das denn? Ja, da liegt die Leiche. Alles Blut wurde ausgesaugt. Ein niederer Vampir. Also doch ein Vampir. Okay. Wenn du mit Hilfe deiner Hexe sind, das Monster, das die Gegend uns ja macht. Ja, dann wird es sicher eine Fußspur wieder geben oder sowas. Sieht ganz danach aus. Okay. Wie ist das Wetter wieder? Hier sieht man so schlecht. Es hat offenbar an Stärke verloren und ist am Ufer lang geschlechen. Tun die Gelenke weh. Okay. Komm mal. Komm mal hier hoch. Na gut. Jetzt soll ich die Fußspuren. Was sind das für Fußspuren? Die sind echt groß. Keine Ahnung, was das für ein Vampir sein soll. Also ist wahrscheinlich. Kann mir nicht vorstellen, dass ein Vampir ist. Ins Wasser? Das ist schlecht. Okay, springen wir mal rein. Wahrscheinlich ins Wasser, um die Spur zu verwischen. Vielleicht findet man auf der anderen Seite am Ufer eine neue Spur. Oh, das hat ein Boot genommen. Das kann natürlich auch sein. Ne, Markierung Aret. Ah, okay. Schön. Ähm, ne, warte mal. Das funktioniert. Das haut irgendwie nicht hin. Warte mal. Die Spuren enden hier. Ich muss auf der anderen Seite nach Spuren suchen. Ach, jetzt plötzlich. Ja, okay. Na gut, machen wir. Ist das ein Hexer-Auftrag oder war das ein Nebenauftrag? Ich dachte, ja, das ist ein Nebenquest. Ich dachte, das wäre, ja. Naja. So, plündern wir mal ein bisschen. Und dann hoch hier. Ah. Okay. Warte mal. Da müsste alles voll sein mit Spuren. Ja, hier kam es hoch. Da ist auch Blut. Der Ekima ist hier aus dem Wasser gekommen. Ah, ein Ekima. Das ist jetzt okay. Was ist ein Ekima? Warte mal. Klosser, Bestiarium, Müssteer, Irgendwo, Nekopharen, Ekima. Nee. Vampire. Ah, hier. Ekima. Okay, was haben wir dagegen? Teufelsbrowist. Vampir, Öl und Igni. Ich glaube, so einen haben wir schon mal besiegt, ne? Warte mal, Igni ist tief. Ich glaube, Teufelsbrowist haben wir noch nicht, ne? Inventar. Bomben, 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 Drachentrauben, Kartätsche und Samun. Hier haben wir bloß die Maritium und tanzende Sternen. Das hier würde ich glaube ich mal rausnehmen. Und stattdessen mal Samun. Blended Gegner. Kartätsche. Schrauben der Schaden. Oder Gaswolke, die bei Entzündung explodiert. Ich nehme mal die hier. Die Kartätsche. Die hat mir schon im zweiten Teil gute Dienste geleistet. Oh, eine tote Ratte. Ah, musst du wohl zwischendurch nochmal... Rattenkadaver. Sie haben keinen Tropfen Blut mehr. Muss ein Ekima sein. Ach, deswegen. Okay. 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 So, ja, warte mal, Inventar. Wir haben doch ein Vampiröl, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Okroiden, Draconiden, Relikte, Konstrukte, Verfluchte, Geister, Insekten, Hybriden, Bestien, Vampiröl hier. Gut. Heere, Vorsicht! Siehst du da! Okay, okay, okay. Oh, komm mal auf. Ich hab mich ja richtig festgesetzt, das Pist. Lambert! Ha! Den haben wir schon ewig nicht mehr... Den haben wir seit dem ersten Teil nicht mehr gesehen. Ja, leck mich doch im Arsch. Lambert! Aber hallo, Lambert! Verdammt! Wie gut dich zu sehen, Wolf! Bist du zum Jagen in Novigrad? Du mochtest die Stadt doch noch nie, wenn ich mich recht entsinne. Das stimmt. Ich habe hier etwas zu erledigen. Ähm. Was hast du getrieben? Was hast du getrieben? Ging unterwegs alles glatt? Und ob! Ordentlicher Verdienst in Lahn-Exeter. Da sollte ich einen Riesen jagen, der sich als Waldroll entpuppte. Außerdem Banditen. Banditen? Die gab es zusammen mit dem Treu-Frei-Haus. Schön. Was du noch erledigen musst, kann ich dir dabei helfen? Hm. Vielleicht. Aber wir reden später darüber. Wir müssen uns die Belohnung holen. Ich hab's eilig. Sagen wir, du hast die Hälfte verdient. Was soll's. Ähm. Okay. Gehen wir. Gehen wir. Wir können uns ja unterwegs ein bisschen unterhalten. Lambert! Echt mal, ey. An den hab ich jetzt überhaupt nicht mehr gedacht. Und? Was sagst du? Wir haben alles Notwendige getan. Jetzt wollen wir unsere Bezahlung sehen. Wartet hier. Ich hole den Aufseher und eure Belohnung. Das machen wir selbst. Kein Grund, den Posten zu verlassen. Hm. Dagegen ist nichts einzuwenden. Geht rein. Gesehen davon, dass er uns auch nicht hätte aufhalten können. Lambert. Lambert. Ich glaub's immer noch nicht, ey. An den hab ich echt nicht... Den hatte ich jetzt letztes gedacht, ey. Wir haben uns um das Monster am Hafen gekümmert. Wir sind wegen der Belohnung hier. Hexer? Seit wann reist ihr zu zweit? Auf einzelne Hexer lauern große Gefahren. Banditen zum Beispiel. Ich rate dir, auf deinen Ton zu achten. Wo ist Yad Karadin? Rede! Lambert, beruhige dich. Vertrau mir, Geralt. Es ist wichtig. Ich muss etwas herausfinden. Ich kenne keinen Karadin. Nehmt die Münzen und verschwindet, bevor ich die Geduld verliere. Wo ist Yad Karadin? Ich frage dich zum letzten Mal. Wache! In den Kerker mit ihnen! Hast du super hingekriegt, Lambert. Ich hab gesagt, er soll sich beruhigen. Naja. Gut. Jetzt kümmern wir uns um die Wachen. Hört auf. Mein Gott. Fehler! 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 Ich will mal die Wachen wieder einsammeln und die Kronen. Ich will mal Ohrens sagen. Egal. Ähm. So. Wo ist sie dann lang? Hier lang, ne? Dieser Typ ist mehr Ärger als der Ekima. Karadin ist verschwunden. Ich schwöre es. Die anderen auch. Ich weiß nur von Vienne. Was weißt du von Vienne? Sie trinkt in sieben Katzen. Sie ist Tag und Nacht dort. Siehst du? Du bist doch zu was Nütze. Alter. Lambert, was ist los? Der muss jetzt ziemlich ernst sein. Das war Mord. War das wirklich notwendig? Ja. Bald tauchen noch mehr Wachen auf. Lass uns verschwinden. Wir treffen uns im Siebenkatzen. Dort erzähle ich dir alles. In der Taverne? Wo Vienne ist? Ja. Bis später. Hm. Okay. Das hat mich doch neugierig gemacht. Ähm. Ja gut. Können wir auch hier wenigstens noch ein bisschen plündern. Ne? Wenn wir schon mal hier sind. Oh, ein Schwerz. Gucken wir mal. Hey, Dien. Bisschen weniger Schaden. Aber gut für Igni. Aber die Bonnen, die kritische Trefferchancen ist halt bei weitem nicht so. Und Bluten auch nicht. Ähm. Naja. Wird uns gut Geld bringen. 391. Ja, unsere ist so viel teurer. Unsere ist besser. Geh ich mal stark von aus. Hm. So. Andere Golzen. So. Zwei Prozent Chance auf Betäuben. Könnten wir eigentlich mal ein paar zusammenlegen. Oder? Einfrieren. Vergiften. Artzeichen. Irdenzeichen. Axie. Oh. Fünf Prozent Axie. Fünf Prozent Irden. Hm. Was haben wir hier? Zwei Prozentigen. Angriffskraft. Zwei Prozent. Ich will die Kleinen da nicht eintun. Das ist... Das ist... Keine Ahnung. Das macht man nicht. Das ist ein Feuerhaken. Sachen gibt's. Ach, wetten. Ich gehe hier raus und es warten mich schon wieder unzählige Gegner. Ähm. Aber naja. Gut. Dann wollen wir mal zur Katze gehen. Oder zu den sieben Katzen. Plätze. Wo ist denn das eigentlich? Ach, da unten. Okay. Warte mal. Da können wir auch zum Südtor gehen. Und von dort aus zu den sieben Katzen schnell reisen. Hm. Hier. Nee. Nicht ganz schlecht. Aber da war ich schon mal. Okay. Ach, ich glaube, da war ich mit der... Mit der Adelstochter oder... Die Schwertkampf und so. Und die nicht einsehen wollte, warum sie... Warum sie Wachen mitnehmen soll. Was wirklich besser gewesen wäre. Aber nein. Ach, Lambert. Hallo, Lambert. Ähm. 57 Wasserflaschen. Sehr schön. Warte mal. Jetzt muss ich doch mal gucken. Ob die was wiegen. Obwohl, wir haben eigentlich schon noch genug Platz. Warte mal. Ach so. Nee, wir wiegen nix. Okay. Na gut. Ich will aber trotzdem kurz Meditation. Eine Stunde. Das mal wieder voll sind. So, Lambert. Na schön. Jetzt bist du mir einige Erklärungen schuldig. Warum hast du Lund getötet? Und worum geht es hier? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Ähm. Ich höre alles hören. Erzähl mir die ganze Geschichte. Ich hatte einen Freund. Sein Name war Aiden. Du hattest einen Freund? Sehr witzig. Ich habe ihn kennengelernt, kurz nachdem ich den Auftrag hatte, den Fluch vom Ober von Elanda zu brechen. Aiden war beauftragt worden, ihn zu töten. Er war ein Hexer von der Katzenschule. Ah, okay. Soweit ich mich erinnere, wurde der Oger letztendlich getötet. Ja. Nachdem er meinen Auftraggeber ausgeweidet hatte, blieb uns nichts anderes übrig. Aiden und ich haben uns zusammengetan und uns die Belohnung für den toten Oger geteilt. Danach haben wir häufig zusammengearbeitet. Er war der Beste, den ich jemals getroffen habe. Du weißt, ich mag dich. Aber das ist kein Vergleich. Was ist mit ihm passiert? Vor einiger Zeit hat Aiden einen Auftrag angenommen, einen Fluch zu brechen. Bei der Tochter des Herzogs. War von Anfang an ein politisches Fiasko. Und der Hass auf die Katzenschule kam noch dazu. Sie haben sich diesen Hass redlich verdient. Sie wurden praktisch zu Auftragsmördern. Aiden war nicht so. Jedenfalls hatten einige Höflinge des Herzogs andere Pläne. Wollten nicht, dass der Fluch der Erstgeborenen des Herzogs aufgehoben wird. Also haben einige ausgebildete Mörder Aiden aufgelauert und ihn ermordet. Unser lieber Aufseher war einer von ihnen. Und Yad Karadin? Der Anführer der Meuchelmörder. Er hat ihm den tödlichen Stoß verpasst. Das mit deinem Freund tut mir leid. Ich brauche kein Mitleid, sondern deine Hilfe. Wir müssen mit Vienne reden. Inzwischen müsste sie genügend getrunken haben. Gehen wir. Okay. Ja gut. Anderen Hexern in Not hilft man natürlich gerne. Vienne? Da ist er. Was willst du? Wir suchen Yad Karadin. Und warum sollte ich euch helfen? Wir bitten sie erstmal freundlich, klar. Meinem Freund hier ist es wirklich wichtig. Und was springt für mich dabei raus? Ich bezahle fürs Erste dein Bier. Dann werden wir sehen, wie wertvoll deine Informationen sind. Ist doch ein Deal, oder? Ich habe zu Karadins Wande gehört, aber... Ach, wie lange ist das her? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich bin nicht mehr dabei. Außerdem ist er mit seinen alten Kumpeln nicht mehr befreundet. Er soll sich verändert haben. Was heißt verändert? Karadin soll sich verändert haben? Was meinst du damit? Er hat die alten Verbindungen abgebrochen. Nimmt keine kleinen Morde mehr an. Er hat sich in einem Loch versteckt. Scheint was Großes zu planen. Hm. Wer war sonst noch in Karadins Bande? Außer mir? Selüse, Hammond und Lund. Aber die sind in alle Winde verstreut. Selüse ist nach Dreiberg gegangen. Hammond nach Skellige und Lund... Lund ist tot. Endlich hat er seinen Meister gefunden. Dann könnt ihr nur noch Hammond oder Selüse fragen. Diese Selüse, wo finden wir sie? Sie hat sich gut gemacht. Sie führt ein Bordell in Dreiberg, wo die reichen Männer hingehen. Die Huren entlocken ihnen Informationen, die sie dann verkauft. Der Name des Bordells? Die schwarze Lilie. Selüse hatte schon immer einen schrecklichen Geschmack. Hm. Haben wir uns? Wir brauchen Informationen über Hammond. Früher war er Karadins rechte Hand. Als ich die Bande trennte, ist er zurück nach Pharoah, wo er einst herkam. Jetzt ist er Pirat. Selbst die Jals behandeln ihn mit Respekt. Okay. Was ist mit dir? Was ist deine Geschichte? Skoyatel, die Einheit wurde aufgerieben. Und ich hab mich Karadin angeschlossen. Wir haben mich nie gleichwertig behandelt. Nein. Ich konnte einen Spass auf 100 Schritt Entfernung treffen. Aber für Karadin war ich nie gut genug. Er hat diese Hure Selüse bevorzugt. Warst du an dem Mord des Hexers Aiden beteiligt? Vielleicht? Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Zufrieden? Sie weiß nichts. Wir müssen mit Hammond und Selüse sprechen. Ihr solltet nicht nach Karadin suchen. Wenn er merkt, dass ihr hinter ihm her seid, wird er euch auf der Stelle töten. Das werden wir ja sehen. Und was dich anbelangt. Nee, sie hat uns ja geholfen. Nein, Lambert. Du hast recht. Lassen wir sie so leben. Was ist mit meiner Bezahlung? Arschlöcher. Ich hätte ja tatsächlich ein paar Münzen gegeben dafür. Du musst mir helfen, Geralt. Am besten trennen wir uns. Du segelst nach Skellige und versuchst, was aus Hammond herauszubekommen. Ich gehe nach Dreiberg und treffe dort Selüse. Lambert, lass uns darüber reden. Nein, das ist eine der Situationen, der ernsten Situationen, wo man keine unnötigen Fragen stellt und einem Freund einfach hilft. Wo treffen wir uns, wenn ich wieder zurück bin? In der Taverne nirgendwo. Gut, bin schon unterwegs. Viel Glück. Hm. Okay. Lambert. Hätte ich echt nicht gedacht. Wir finden dein Schiff nach Skellige. Ja. Ich will noch nicht nach Skellige. Das könnten wir zwar echt schon machen, aber ich will trotzdem noch nicht. Ähm. Nebenquests. Ist immer noch Stufe 11. Wäre halt echt unser Stufengebiet, aber ist Nori grad auch noch. Ähm. Schwarze Palace auch in Skellige. Hexer-Aufträge. Das Ding aus dem Sumpf. Flüchtigerdieb. Komm, den machen wir noch. Und dann gehen wir weiter mit der Hauptquest. Dann warte mal Stufe 13. Nee, ich glaube, die Hauptfest ist auch noch Stufe 12, ne? Ja. Fendi Junior. Graf Räumenschatz. Warte mal, wo ist denn Skellige? Warte mal. Weltkarte. Ja, hier sind schon immer noch Skellige. Und wenn ich jetzt auf die Weltkarte gehe. Ah, hier. Dann, ja, hier ist Welen. Novigrad. Skellige ist da. Ist wieder ein komplett anderes Gebiet. Da bin ich jetzt eigentlich echt noch nicht hin. Ja, okay. Stufe 15, Stufe 16. Ich sag euch was, wenn wir Stufe 17... Nee, ist auch doof. Ach, ich guck mal, wie ich weitermache. Irgendwann gehe ich dann schon nach Skellige und dann gucken wir mal. Genau, aber fürs Erste würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierher. Ähm, ja. Denkt an alles, was mir lieb und teuer ist, ihr wisst ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, let's play The Witcher Teil 3. Bis dahin. Ciao, ciao.